Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Valentina Spielplatz und in Wegen Augenblieben kommt auch der Lkw und man sieht, dass die Valentina jetzt gerade schon ihren Stecken vorbereitet und jetzt müssen wir uns fertig machen, dass der Lkw kommen kann. Vorsicht, geht bitte ein bisschen weg. Ja, mit wahrscheinlichem Kran. Vermute ich mal. Kommt, Dähnchen. Zeig's mir gleich, wo man muss. Wir müssen uns mal wieder rein machen. Jetzt müssen wir noch viel Rhein zumachen. Bitte? Wir müssen noch viel Rhein zumachen. Hast du da was zum Bruch? Ja, du brauchst eine Linke. Ja, du brauchst eine Linke. Ja, du brauchst eine Linke. 3.000 Jahre später 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 4.000 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 Jahre später 5.000 Jahre 개념 4.000 Jahre später 5.000 Jahre später Das ist mein Tudel. Ich bin jetzt schon geschafft und habe immer noch unterpasst. 1,8 Tonnen. Jetzt haben wir hier gerade mal ungefähr ein Viertel. Und da haben wir noch die Hälfte, das heißt noch ungefähr eine Tonne liegt unter noch. Und wir sehen jetzt schon bei einem Rohmaterial am Video von 30 Minuten. Das ist schon viel. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017